Kale, Jalen sagt, er würde gern mit dir per Holo im Cockpit reden. Ist gut, danke. Ich gehe raus. Gut. Danke hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Kale, hab noch einen Auftrag für dich. Ich hab zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Down verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal. Und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauch deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin. Gut, Nix. Bleiben wir außer Sicht weiter. Nicht erschrecken. Was? Was hast du hier verloren? Du erschrickst. Ich sagte, ich brauch keine Hilfe. Neue Situation. Wow, das ist nicht nur eine einfache Übergabe. Korrekt. Ich habe Nachrichten von Crimson Dawn abgefangen. Das wird nicht so leicht, wie Danka versprochen hat. Hey, hallo. Tolles Treffen, aber ihr habt schon eine Abmachung mit Danka. Und sie hat mich zum Abholen geschickt. Danka? Typisch Pikes. Ihr wollt uns wohl reinlegen. Los, schnappt sie aus. Das wird hart nix. Das wird hart nix. Wir sollen wirklich fest werden, dass wir die Augen haben. Das hat gut für sich geschickt. Oh Gott. Ihr seht das. Sehr gut, was du. Wir sitzen fest. Ah. 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 Und jetzt kommt's mit dem Toll. Okay hatte nicht erwartet dass die alle uns umbringen wollen danke für die ich suche die gleiter nach der muschel ach komm schon seit wann ist crimson dawn so knauserig etwas gefunden ja nichts hier steht sie haben nichts dabei die wollten bloß crimson dawn reinlegen dann körper schlecht informiert aber die gleiter sind toll jede menge nachrüstungen die pikes haben eine werkstatt in der nähe vielleicht kommen sie von dort ob da auch die muschel ist der vorarbeiter ist als schmuggler bekannt würde mich nicht wundern wenn er hinter der nummer steckt ich gehe mal besuchen und ich bleibe hier und kümmere mich um das hier sagt bescheid wenn du die molluske geborgen hast dann arrangiere ich ein treffen mit danke danke du bist ziemlich nützlich ja die 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 Was ist das? Hm, die Werkstatt der Pops. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Nix, den Hebel. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Andy 5, ich bin in der Werkstatt. Irgendein Tipp, wo ich anfangen soll? Wenn der Vorarbeiter dahinter steckt. Vielleicht in seinem Büro? Darauf hätte ich wohl auch selbst kommen können. Das kann ich einfach nicht hinziehen. Eines Tages wird alles anders sein. Für die Pikes zu arbeiten ist gar nicht so übel. Fang hoffentlich nicht ohne mich an. Ich habe mein Verkehrsdiener meines Verhältnis. Zumindest habe ich ihr gesagt, dass es ein Wohnraum ist. Ich habe mein Verkehrsdiener meines Verhältnis. Zumindest habe ich ihr gesagt, dass es ein Wohnraum ist. Das Ganze hat sich ziemlich gut bezahlt gemacht. Ich muss dringend schlafen. Siehst du was? Die Sache mit den Pikes ist, dass es nicht die sicherste Arbeit ist. Ein Tag nach dem anderen. Drück das Knöpfchen, nix. Wenn ich reich bin, brauche ich das nicht mehr? Alles klar, nix. Holen wir unser Geld. Ich muss drinnen und schlafen. Ich muss das Geld nicht mehr sagen. Ah, ich muss das Geld haben. Ah, ich muss das Geld machen. Ich bin das Geld mit mir. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jautas Hoffnung auf dich. Hast du es gesehen? Ist doch egal. Hauptsache ich hab es. Überholend. Achtung! Unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Ein Eingreifstrupp ist unter Wälder auf dem Imperial ist ein Schall zurückzuholen. Gestohlen ist imperiales Eigentum. Wie kann ich da Nein sagen? Wir haben keine Verwendung mehr für dich, K-Vans. Mich erwischt niemand. Bist spät, Kay. Danke erwartet. Was? Warst du besorgt? Nein. Okay. Nobody to draw me. Was? Sei vorsichtig. Danke als Vermittlerin. Keine Freundin. Man kann ihr nicht vertrauen. Dem kann man das schon. Wir sehen uns auf dem Schiff. Runde zwei sieht immer noch gut aus. Kay, Wes. Schon zurück? Ich sag ja, sie ist noch neu, aber gut. Wer ist das? Nur ne Freundin. Setz dich. Der Job war unerwartet kompliziert, Danka. Du lebst. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist eine Investition. Halt. Du bist neu. Ich kenne nicht viele wie sie. Diebstahl von Schmuggelware, Arbeit mit Syndikaten. Du könntest eine Gefahr fürs Imperium sein. Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Tolle Freunde, Danka. Ich habe keine Freunde. Mir hat das auch nicht gefallen. Deshalb habe ich mir eine der Perlen geschnappt. Das eben tut mir leid, Kleine. Aber bevor wir fertig sind, brauche ich noch eine Sache von dir. Was? Danka. Das war alles sehr viel schwerer, als du gesagt hattest. Wie wäre es dann mit einem kleinen Bonus? Ich muss zurück nach Merugana. Wir treffen uns bei Makal. Ich muss zurück nach Merugana.